Hey Internet und YouTube, so bin ich bei Fahrengier und ich will den Schlüssel haben und deswegen sag ich jetzt mal gar nichts, denn ich probiere noch was, habe ich nicht irgendeinen bunte Ehe, Bögen, Schlossknacken, bessere Preise, Tragfähigkeit, Tapp, 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 Taschendiebstahl. Tragfähigkeit, Bisse Preise, Schlossknacken, okay, Taschendiebstahl 15% erhöht, yes. And now we're gonna Bögen, jetzt habe ich gar nichts gelesen, so, zack, 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 doppelte Schaden, Schleichen, Schleichen, wird zum, ziehe ich auch noch an, ist ja wusst, keine Ahnung wie das zusammenhängt, aber macht ja nichts. Lautlos bewegend, ziehe ich auch an. Eigentlich alles von dem, oder? Habe ich noch ein nettes Amulett, okay. Wie sehe ich aus? Hey, das passt aber gut. Na ja, ich mein, oder? Hat doch was gefällt, gut, die Schuhe passen überhaupt nicht. Und die Kapuze, so, cool. Okay, gut, haben wir das auch gesehen? Ja, gehen wir nicht wie ein... Da steht nichts von Taschendiebstahl. Ey, geil, ich hab trotzdem geäht. Lalalalala... Ja, das... Gut, okay. Hi, ja. Hey. Okay. Bekleidung. Weg mit den Schuhen, das ist ja schrecklich. Also vergesse ich sonst, mir die jemals wieder anzuziehen. Okay, sexy. I'm bringing sexy back. And now, downstairs. Yes. Ja, Quatsch. Jetzt geh ich hier runter. Ich muss auf der... Oh, wieso geh ich hier? Hi, ich bin falsch. Ich hab den... Untergang verwechselt. Oder? Wenn das ein Aufgang ist, ist das der Untergang. Okay, wie auch immer. Nun, hier, da... Muss ich hin. Dich vermisst niemand. So, mein hübsches Mädchen. Hallo? Warnung vor eben, Erz. Wieso Warnung? Hütet euch vor dieser Klinge. Ich hoffe, dass die Einzigen, die Zugang zu diesem Raum haben, der Jarl von Weißlauf und sein getreuer Zauberer sind. Falls jemand anderes dies hier lesen sollte, bitte ich ihn das Ausmaß seiner Torheit zu erkennen. Zu gehen und niemals auch nur irgendjemand gegenüber ein Sterbenswärtchen über diesen Raum und diese Klinge zu verlieren. Sie verdarbt die Sehnsüchte großer Männer und Frauen. Dennoch ist ihre Macht ohnegleichen. Und sie tötet, während euer Opfer euch anlächelt. Gut. Nur ein durch und durch verkommener Dätre. Kann sich eine Dätre... Aber alle, die sie führten, waren am Ende so wahnsinnig wie jene wilden Männer, die durch die Hügel streifen und sich mit Kaninchen unterhalten. Ich unterhalte mich mit allem. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Nicht einmal die heißesten Feuer der Himmelsschmiede vermochten sie zu schmelzen. Selbst die Kohlen erkalteten, als die Klinge sie berührte. Wir können sie nicht vernichten und sie darf nicht in die Hände unserer Feinde fallen. Deshalb verstecken wir sie tief in der Drachenfeste. Auf dass sie nie benutzt werde. Wehe jedem, der sich entscheidet, sie an sich zu nehmen. Gib mir! Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, ihr seid scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die euch bekannten Beschreibungen der Ebenerzklinge nicht zu diesem Schwert fassen. Es musste zu lange auf die Winde des Bündnisses und Verrats verzichten. Das ist ja Samurai-mäßig. Absorbiert die Lebensessenz deiner Feinde. Wort wird durch das Blut der Täuschung verstärkt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt gut. Der Schaden ist mau, der Wert ist groß. Ich werde viel Spaß damit haben. Zwei Hände. Haulit, das passt gar nicht ins Bild. Um zu alter Pracht zurückzukehren, muss es erst das Blut der Täuschung trinken. Es ist bewundernswert, wie sehr eure Welt von Lügen und List durchdrungen ist. Meine Klinge ist wie ein Blutegel, der sich von Täuschungen ernährt und seinen Meister stärkt. Geht zu denen, die euch am nächsten stehen. Der letzte Schlag ihrer fehlgeleiteten Herzen wird meine Klinge beim Lied eurer Erhabenheit begleiten. Abgeschlossen. Wunderbar. Das war's. Da-da-da-dum. Da-da-dum. Okay, ich brauch dieses komische Blut. Blut. Blut? Blut? Ich verstehe nicht, aber gut. Was das jetzt? Findet es schwer, findet es Wort. Ich hab schon ewig kein Wort mehr gefunden. Dann bum, bum, bum. Was sollst du übersees? Moment. Das ist doch auch hier, oder? Ha. Okay, ich verstehe nicht, aber man macht nichts. Man gibt wir. Du. Ehre sei mit euch, mein Tarn. Folgt mir. Geht voran. Aber stirbt nicht. Wäre echt klasse. Ich spiele nämlich auf Experte. Oder? Meister. Ne, Meister ist der letzte Experte. Keine Ahnung. Weiter. Jetzt haben wir einen tragischen Verlust. War der Gute und das wollen wir nicht. Oh Mann, ich hab nicht aufgepasst. Muss ich mir mein eigenes Video ansehen? Kriege ich diese verdammte Blut her? I don't know, but. Jetzt zurück in die, äh, ne? Oder? Gut, siehst du aus. Wir haben noch immer keine Oh! Kein Oh! Mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Mir fällt tatsächlich, mir fällt etwas ein. Tatsächlich. Entfernen. Danke. Ja. Wir holen uns die Knochen. Schmiedi, schmiedi, wunderbar. Schild für Lydia. Und zack jetzt. Schau. Zwei, da schwingt sie schneller als eine Streitaxt. Und eine Streitaxt schwingt sie schneller als ich weiß nicht was. Ich hab ne Ebenerzklinge. die hätte ich in Dead Island gebraucht. Na, sieh mal an. Verarschung. So, ich hoffe, der kommt nicht schon wieder. Wo war der? Ist der da nicht? Liegt, ist das nicht? Ist der? Oh, oh, oh! Okay. Alles gut. Alles gut. Rand dich da nicht hier rüber, weil... Oh Mann, wo war denn das jetzt? Ich kann... Wo ist der Drachen? Oh! Hier, ich sehe ne Knochen. Das ist kein Drachen. Skelett. Karte. Das muss... Das muss die Richtung gehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier. War das... Warum hab ich das da hinten noch nicht entdeckt? Fragen über Fragen. Oh Mann, wo ist das Skelett? Wo war denn das mit dem Mammut? Das war hier. Kann doch nicht sein. Das ist mir doch nicht abgehauen. Psst! Jojojojo. Jojojojo. Oh Mann. Ich wollte die Knochen. Ich sehe es nicht. Wahrscheinlich seht ihr es. Und ich stelle... Ja, es tut mir leid, Lydia. Und ich stehe wieder als Verdeppter. Wunderbar. Das ist ja nichts Neues, ne? Das ist ja mal wieder nichts Neues. Ne. Das muss da hinten... Mann! So eine Mist! So eine Mist! Irgendjemand muss gleich außer Rache glauben. Danke für den Schmetterling. Blauer Schmetterlingsflügel in Zugefekt. Gut, gut. Dieser Schmetterling hat sein Leben verbirgt. Ja, das ist großartig. Ich wollte jetzt... Ich wollte es wirklich, Lüdi. Ich wollte dir was schmieden. in Frieden. Aber ich sehe den Scheißding jetzt nicht. Ah, das ist doch zum Katzen. Und jeder auf YouTube weiß, was war hier irgendwo? Mach keinen Quatsch, Fuchs. Ich bin schwer bewaffnet. Oh, warte, Fuchs. Sieh mal, was ich habe. Komm her. 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 Ah, leuchtet. Sorry, Fuchs. Das musste sein. Es musste nicht sein, YouTube. Natürlich musste es sein. Was zur Hölle? Redoranz, Zuflucht. Das kann auch jetzt nicht wahr sein. Jetzt mache ich auch noch eine Entdeckung. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht so die Kunst. Ich wette, wenn ich mir das Video ansehe, sehe ich groß und deutlich den Drachen vor mir liegen. Hundertprozentig. das Ding hat gar nicht groß Schaden. Aber du bist schon tot. Lüdi? Na, meine Güte, wo du wieder? Gib mir noch ein paar Boah, 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 so. Jetzt. Bitte? Hi, hi, fest- und grau- und dankeschön. Alright, YouTube, ich muss einen Cut machen, denn ich rate jetzt blödsinnig herum und das war zu viel Aufnahmezeit und vor allem in den Wäldern, das ist 480 Gigabyte dann. Ich hab das Skelett nicht gefunden, es tut mir leid, aber im nächsten Part sieht man jetzt bei der Bruderschaft. Die Lüdie hab ich auch verloren. Dann heißt das, war doch hier. Egal. Bruderschaft hab ich nicht markiert. Wunderbar. Das ist ja mal wieder hier typisch für mich. Schluchtweierzeckel. Die Halbmondmühle. Zuflucht der Dunkle. Nein, 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 nein. Das war J. Tritt an die Mutter. Genau. Tritt an die Mutti. Mutti. Der ist ein Stern. Jo. Okay, wir sehen uns gleich wieder bei der Zuflucht und sehen uns an, wie die Folterkammer aussieht und funktioniert. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Tschüss.